so willkommen zurück zu minecraft WG und ja wir wollen glaube ich einfach mal da weitermachen wo wir letztes mal aufgehört haben ja gut wo auch immer das war wir kamen glaube ich aus dem Dorf zurück das haben wir letztes mal gemacht ja dann gehen wir hin zurück die Hühle haben wir noch mitgebracht die haben wir schon eingesperrt ja ich weiß es nicht mehr hier muss mal ein Tor rein wir haben sogar ein Ei gelegt aber ich komme nicht rein wollten wir was im Dorf machen vielleicht sind dann auch wieder neue Samen gewachsen äh neues Korn wollte ich sagen so vielleicht noch ein Ei hier bei uns kann man ein Tor in das Ding reinbauen in das Feld und das Korn auch ableiten damit wir mal andere Tiere fangen können ja und schön das Korn ernten ja und schön das ist voll ein Ernst ich guck mal ob im Dorf auch was neues gewachsen ist aber glaube ich nicht ja und sehr untalentiert im Abwehr kurste Eingeborenen hier sonst nichts Neues an das ist einfach unkohl das ist das sie etwas schlau gehalten zu ändern und wie sonst irgendwas glauben kann bei denen es ist ja böse ich bin der Böseste der Böseste es ist also überhaupt nur auf Deutsch Nein eigentlich hilft hier nicht ich lege mich hier mal die Eingänge frei damit ich überhaupt nicht in ihre Häuser reinkommen beziehungsweise die beiden überhaupt mal auskommen hier so nett bin ich hier nicht kann man irgendwie Schnee aufsammeln? Ne ne? doch mit Schaufeln mit Schaufeln als Schneebölle und dann kann man das hinter zum Blöcken machen zu Blöcken kann man das nicht auch zu diesen Eis Flächen oder was das hier ist? ne du kannst so Eisblöcke nicht Eisblöcke kann man nicht machen doch Schneeböcke kann man machen ja Schneeböcke aber keine Eisblöcke ja ne ich meine ja dieses Schneeflächen weil das ist ja das ist ja bloß so eine Fläche auf dem Blöcken drauf ich glaub die kann man nicht machen ne das geht nicht die sind so viel scharfe irgendwie wie ist das eigentlich mit Schneiden war das nicht so dass es nur in einer bestimmten Region schneit oder kommt das einfach so in der Schnee Region oder lieber das? es schneit nur da wo jetzt auch schon Schnee ist aber hier schneit es nicht ja dafür muss es auch im normalen Gebiet regnen ok irgendwie hat das was logisches wobei es auch komisch ist boah ja ich war nicht dabei ich find auch grad ich werd zurück nachhause das ist das Problem war nicht aber hier waren wir schon mal weil hier sind Zapplings von so einem Baum das wusste ich habe schon bis die Stimme von Schneebellen immer nur 16 auf eine die Eier weil vielleicht weil man sich nerven kann was so Eier machen ja sogar Schaden bei Monster habe ich gehört Griesen hat ja Eier kann Schaden machen ich finde ich will zurück ja wenn man Eier auf sich drauf hat, fängt man bestimmt irgendwann an zu stinken, wenn man sich nicht wecht und Monster, die weichen sich bestimmt nicht das gibt einen Stinkelschaden in dieser Folge seht ihr wie ich mich verlaufen habe Juhu ich habe Sumpf gefunden ist ja spannend Mensch jetzt haben wir schon alles fast, ne doch, ne ich habe noch keine Wüste gefunden ja, aber ich komme nicht mehr zurück ich fahre ein bisschen Schnee ab, ne, damit wir das hier mal ein bisschen bei uns so mit Schnee machen können können wir, glaube ich, ja, jetzt machen wir kann mich mal jemand am Dorf abholen wenn ich das, wenn ich das immer wieder finde ja, ich will nicht abholen ich will den Weg nicht zurück ja, ich will nicht abholen ja, ich will nicht abholen da bist ja ich mache hier den Wald kaputt kann man nämlich nicht bisschen gerade Flächen haben um dieser Gastauftritt Ding-sen-bumsen 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 mach ich im Wald und nicht in der Schneelandschaft, dass du nicht doof, wenn das Zeug einschneid ich bin wieder beim Dorf ok, ja, ich komm das ist kaputt glaub ich bin einfach nur in die falsche Rätung gelaufen aber ich bin mir nicht sicher Mann so warum wir mal eine Axt ein du kannst, theoretisch kannst, dass die Zuschauer noch anfangen, bis in die Axt-Scharke uns zu machen das wäre vielleicht auch spannend ich hasse Schäferes ist egal, mach sie ja was ist das? ach wenn du auf Escape gehst, dann kannst du ja auch bei Back to Game Links erschaffen uns nicht ach stimmt, ja ich kann nicht so schnell laufen, uns kommunizieren nicht mit ich hab schon viele hast du doch überhaupt Zaun oder so? es sind seit 1.0 mehr geworden ich lagere die gleich alle bei uns im Haus bei uns im Haus? klar ja ja juhu, hallo, da seid ihr ja ich seh dir den Kantar valla, was hab ich dir gemacht naja ich muss nur schlafen wohl ich seh das Haus nicht, die Chunks müssen erst nachladen so Oh, ich muss schon die ganze Zeit niesen, aber ich unterdrück's mir. Du kannst ruhig niesen, ich glaube. Nee, das ist vollständig krass. Du nimmst diese ganzen Tiere mit ins Bett. Nee, nur mit ins Haus, ich hab ja keinen Zaun. Die Schafe passen nicht durch die Tür. Ja. Ich baue die Tür ab. Sag mal. Ich mach das Holz dann eben weg. Kann gleich wieder irgendeiner dran machen. Ja, danach tun wir mal einen Zaun irgendwo bauen und lassen die Tiere dann mal wieder raus. Na, komm rein, du Schaf. Komm. Nee, dann mach mal wieder Holz hin, wenn der Schaf drin ist. So, jetzt. So, dann mach die Tür zu. Tür zu, Tür zu. Ist der jetzt draußen? Ich bin draußen. Warum bleiben wir in die anderen beiden? Können wir mal einen Schlaf legen, oder? Schlaf, schlafen, 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 schlafen. Schlafen, 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 schlafen. Das finde ich nicht gut hier. Bist du schon wieder gestorben? Hm. Oh mein Gott, sind die jetzt viele Tiere. Benni! Jo, Knobby. Schneider! Ach, willst du da Items wiederholen noch? Oh, so wie im Zoo, oder was? Alles schlafen, alles schlafen, eben. Ein bisschen seltsam, ja. Geh'n noch ein paar Kühe. Also... Hier hol' ich leicht. Hier hol' ich leicht. Okay. Leg' dich doch hin. Okay. Der Neuel muss seine Sachen wiederholen. He was slain by a spider. Ich mach' keine Spinn. Leg' die Viecher raus, hast nicht das Hut? Nein. Ja, sehr witzig. Lass' mir rein. Ja, das ist, das ist Hunes egal. Wir haben daraus schon wieder statt, das ist kein Problem. Späch' eben ein. Komm, Hund, komm. Komm. Wir haben schon ein eingesperrtes Huhn. Oh, hier sind alles wieder Eier. Eier, Eier. Das ist ja wohl dann wohl meine Aufgabe, oder? Ach so. Hühnerfarmung. Wir brauchen übrigens mal ein Tor hier in diesen Hühnerstall. Ach, jetzt laufen mir die ganzen Hühner weg. Kommt wieder rein, kommt. Kommt. Hier ist der Eier. Ich hab mir grad das Bein gebrochen. Kommt wieder her, kommt. So, einfach mal so nebenbei. Kommt rein, kommt, kommt rein. Alle rein, komm. Kommt rein. In der Eier, in oder? Nein. Hühner. Mein Kraft nicht weh. Das ist mein Kraftbein, hast du dir gebrochen. Kommt doch jetzt hier rein, Mist, Hühner. Hm. Aha. Das sind so viele, die wollen nicht alle hier rein. Das ist kein Platz mehr. Deswegen kann ich mein Knie auch nicht mehr bewegen. Deswegen bin ich auch so komisch. Mein Korn. Komm rein, jetzt zu hohen, komm. Mein Knie auch so viele Sachen. Ich bin so gesund, nur L. Sie ist auch krank. Irgendwie sind wir alle krank. Du nicht. Ja, das ist Weihnachten. Ja. Meine. Was denkt ihr, ob er weiß, Weihnachten haben oder nicht? Ja, das wissen. Na, was denkt ihr? Vielleicht in unserer Region hier. Ja, aber nicht bei denen. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, weil es jetzt ist es ja. Nee, ne. Bei euch. Bei uns, wir sind in Westerwald fast. Hier liegt über Schnee. Einige. Jetzt aber nicht. Nee, aber es kommt drauf an, wo du hier bist, aber teilweise ist es sehr viel Schnee hier. Das ist ja krass. Kannst du nicht. Aber hier ist bei uns direkt nicht. Ey, ihr Hühner, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Mir ist noch nicht so nach Schnee zumut. Überall ist die Weihnachtsdeko bei den Leuten draußen. Oh, ich finde das total ätzend, wenn die schon Mitte November anfangen, Lebkuchenhäuschen zu backen. So, jetzt habe ich es alle eingesperrt, aber das sieht jetzt total scheiße aus. Das müssen wir nochmal umbauen. Ach, hier ist ja noch ein Huhn. Aha, komm her. Oh, hm. Komm. Ach, die kriege ich jetzt gar nicht da rein. Hör doch auf. Geh weg. Lauf einfach weg, Huhn. Du hast Glück gehabt. Du darfst draußen bleiben. Ich komme mir jetzt eine Folge lang nur um Hühner. Ah, hier ist ja noch Tiere bei uns im Haus. Ist ja spannend. Ja, eben. Das lasse ich jetzt besser doch gerade überlegt. Das war lecker. Was war lecker? Das war lecker. Das Hohn. Kann es irgendwie sein, dass hier irgendwie Schnee auch seltschmelzen kann? Oder ist jemand gerade mit der Ding da rübergelaufen? Bin ich, ich werde euch nicht. Bei Gefällen ist auch nicht so spannend. Gibt spannende Sachen, würde ich behaupten. Okay. Ich bin jetzt die starke Arbeit. Da, ich habe mir einen Angeln und die leben. Ich bin jetzt das mal auf. Ich bin jetzt ein bisschen auf. Ich bin jetzt ein bisschen auf. Ich bin jetzt wahnsinnig. Ja, ich bin jetzt ein bisschen auf. Ich bin jetzt ein bisschen auf. Hier bin ich. Es ist ein bisschen auf. ja das ist auch ein senior oder in der Wien dieses Angeln Bekundin eigentlich tagelang da ich verprägt fand ich nicht so schön sie auch sie autet sich als Nürnberg als Nürnberg als Nürnberg man kann das auch spielen ohne sowas zu sagen Saksu er hat in Ordnung das ist schon krank eigentlich sich einzustellen und dritte die mit die Pixel Fische zu anhören es ist auch krank um welche Pixel hier abzubauen ja es ist wohl auch krank was doch alles hier voll Schnee ja ich hab gesagt was wie wo Schnee ich frage ich ob der da bleibt ja warum nicht oh ne mir fehlt ein Holz habt ihr mal ein Holz ich hab sehr viel Holz ich hab ein Holz schon mir fehlt ganz viel Holz es war genau ein Holz in der Kiste ich bin schon wieder in dem Dorf kann das sein noch ein Ei und ganz viel Hülle es ist auch das Dorf wenn ich den Zivilen kommen das ist ja furchtbar was ich mich verirrt habe mein Gott was soll das wie gesagt ich mache Schnee Wieso Weihnachten ja aber doch nicht Weihnachten würde er sein ich kann dir mal was zeichnen nee nicht mit den Schneemann was willst du den Schneemann machen? das auch ja es gehört auch dazu ich weiß nicht, die gehen doch darüber machen, dass dann zu Schnee irgendwie so ne? ich hab das vorher schon nie gesehen, aber das kann ich dir gleich zeigen wenn du mitkommst nein muss er nur mein ganzes Schneezeug verbraten, was ich jetzt hier hab ach, hier bin ich auch im Sumpf oh ne, wie komm ich vom Sumpf zurück? ja, da war ich auch schon mal zurück zum Dorf sonst hab ich es auch nicht gefunden, den anderen was wir kommen ja vom Dorf dann wir zurück und dann schickste Fendi, der soll dich holen doch nein na klar dann eh so viele Einwohner dass sie dumm aus hier oben nur auf dem Dach drauf, für so wie so als wenn Schnee war runtergefallen ist kommst du ja, Moment ich seh euch gut, bin ich wieder da, wo ich sein soll oh Juh, da kommt doch alle her jetzt das ist auszuhalten mit euch du auch noch, komm obwohl du kannst ein bisschen Holz farben, das wär ein bisschen gut Holz braucht niemand farben, ich hab so viel Holz oh, ich will Holz, gib mir Holz so, mach kleine Hühner, los bitte schön, ich muss mach kleine Hühner und lass mich hier raus noch mehr? ja gerne so, Fendi, wir können los okay, warte ich muss da rein, da guckt ein Schaf aus der Tür was habt ihr denn vor? dass er da raus muss so nein geht da rein, geht da rein geht da rein so, jetzt Schaf wo ist das jetzt, ist es weg? ach, ist egal, ist ein Schaf ja, Schaf eigentlich wärs viel besser, eine Schweinezucht aufzumachen damit wir genug zu essen haben ich verhungere mich schon wieder ich auch hey, sind übelst viele Schafen ach, das hab ich doch auch gesagt ja, aber das hat niemand sie haben sich nicht ausreden lassen ich hab hier noch elf Eier tu ich mal da rein da weißt du böse sind hab ich, äh, Eimer, ne, ich hatte mal Eimer, hab ich aber nicht mehr, ne wo willst du denn hin? komm doch komm, aber ich meinung haben wir, haben wir kein Eisen? ne, haben wir gar nix hier ne, ich glaub's euch nicht und wir haben meine Eimer gefressen? die sind bestimmt verloren gegangen, als wir da hinten beim Dorf gestorben waren alle lass das Schneemänner sind viel bessere, äh, Farnquad, Quellen Farnquellen ach, jetzt hab ich ja noch so viele hier ja? mh, ey, da hinten ist ein Haus was mach ich denn mit dem hier zum Federn? pst! das waren dort, was weiß ich, keine Ahnung, ist mir egal pst! uh! haust du? hallo? mhm so ja ups wie groß soll die Fläche sein, wo die Leute ihre Sachen bauen können? nein, ein Stück kannst du es schon bauen hast du dich bauen? ich baue das direkt hier ich baue das direkt hier